Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man einen Amazon Channel kündigen und somit sein Abo sofort abbestellen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal müssen wir einen beliebigen Browser in der Adresszeile Amazon.de eingeben. Dann kommen wir auch schon auf die offizielle Webseite und nachdem wir uns jetzt hier angemeldet haben, was ich auch schon gemacht habe, müssen wir mal mit der Maus über Konto und Listen gehen und dann haben wir auf der rechten Seite nämlich auch schon den Reiter Meine Mitgliedschaften und Abonnements. Im nächsten Schritt können wir auch schon unsere aktuellen abonnierten Channels sehen, in meinem Fall ist das TeraX. Und wenn ich hier mal auf die rechte Seite noch rübergehe, können wir auf den Button Abonnement kündigen draufklicken. Auf der nächsten Webseite müssen wir dann noch einmal auf den Link hier unten gehen, Channel kündigen. Und als letzten Punkt werden wir nochmal gefragt, ob wir jetzt wirklich diesen TeraX Channel beenden möchten. In meinem Fall ja, weswegen ich hier mal auf diesem Button deaktivieren, die automatische Verlängerung draufklicke. Wenn wir das gemacht haben, bekommen wir sofort die Bestätigung, dass das Ganze nicht verlängert wird und somit haben wir auch schon einen Amazon Channel richtig gekündigt. Wenn du nach der Kündigung trotzdem noch weitere beliebige Video Channels kostenlos für 14 Tage mal ausprobieren möchtest, dann einfach unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken. Dann kommt es nämlich auch schon zur offiziellen Webseite, wo man jetzt an die ganzen Prime Video Channels noch ausprobieren kann. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.